6.00 Jawoll! Jawoll! Sauerstoffer! Was? 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 Alte! Jetzt möchte ich erstmal unseren Oberbürgermeister Rudolf Michel begrüßen. Schön, dass Sie gekommen sind, Sie können hier antworten. Und ich glaube, er möchte auch ein bisschen was sagen. Was? Na, ein bisschen was sagen. Ich begrüße Sie erstmal alle im Namen natürlich der gesamten Bürgerschaft der Stadt. Und hier zu diesem fünften Sports-Decking-Karl. Hab ich das richtig gesehen?